Ein Trendfolge-Trading-Ansatz ist einfach und effektiv und ich zeige dir jetzt, wie du den sogar noch etwas mehr verbessern kannst. Viel Spaß dabei! Das Geile an der Sache, dadurch, dass das auf reiner technischer Analyse basiert, kannst du die folgende Idee sowohl im Minuten-Chart, also auch Stunden-Chart, Tages-Chart, Monats-Chart, total egal wo, überall umsetzen, also aufgepasst. Zunächst einmal Grundlage Trend-Trading. Wir müssen wissen, was ein Trend ist. Wir machen es jetzt in diesem Fall anhand eines Aufwärtstrends mal als Beispiel. Ein Aufwärtstrend ist definiert durch steigende Hochs und steigende Tiefs oder halt anders ausgedrückt, höhere Hochs und höhere Tiefs. Da sehen wir jetzt hier auf der Oberseite, wir haben höhere Hochs, die quasi immer diesen weiteren Kursgewinn, sage ich mal, zeigen, als auch, wir haben höhere Tiefs, die sagen, okay, gut, wir machen den Schritt vorwärts, aber nicht zwei zurück, sondern bloß einen halben wieder zurück, bevor es wieder vorwärts geht letztendlich. Unsere Idee im Trend-Trading sollte es immer sein, niemals zu einer Bewegung hinterher zu laufen, sondern immer geduldig zu bleiben und zu warten, bis irgendwann mal ein Rücksetzer kommt und diesen Rücksetzer hier, den wollen wir wieder longen, weil da haben wir einerseits natürlich sinnvollerweise bis zu dem Verlaufstief, beispielsweise in den engen Stop-Loss, als wenn wir jetzt hier oben hinterher laufen, aber auch, wir können natürlich schön viel Strecke mitnehmen, wenn wir natürlich hier oben irgendwo hinterher springen. Naja, erstens, wenn ich hier den Stop unten drunter setzen wollte, wäre der Stop-Loss extrem weit entfernt, andererseits, ich weiß ja nicht wirklich, wie weit der Trend noch fortgeht, das heißt, ich hätte auch potenziell natürlich weniger Gewinn. Indem wir aber uns zusammenreißen, geduldig bleiben und auf den Rücksetzer abwarten und gucken, dass wir den wieder erst kaufen. Im Sinne der Trend-Folge sind wir viel, viel besser zunächst einmal dran. Wie können wir also den Punkt finden? Ich habe hier jetzt mal vier Sachen aufgeschrieben, wie wir wissen können oder wie wir Indizien haben, wo der Punkt ist. Einerseits die Fibonacci Retracement Level. Machen wir mal das Beispiel, wir laufen gerade hier so Stück für Stück nach oben, sind jetzt in der Rücksetzerphase. Wie kann ich die Retracement Level sinnvollerweise anwenden? Ganz klar vom letzten Verlaufs tief bis zum letzten jetzt hier Verlaufs hoch. Da einmal die Retracement Level drüber legen und wir haben sofort einige Level, wovon quasi der nächste Aufwärtsschub kommen könnte. Eine andere Option, wie wir es machen könnten, wäre mit Hilfe von Gleitdurchschnitten. Typischerweise ist das zum Beispiel der Moving Average exponentiell, also der EMA oder aber auch so das mit Simple Moving Average, der SMA. Das ist alles möglich. Das sieht in etwa dann so hier aus. Wir haben so eine sehr flexible Linie, die sich jetzt hier so ein bisschen so durchmacht und die Idee könnte sein, dass wir halt an der Linie bloß kurz draufdippen und dann wieder den Trend fortsetzen. Eine andere Möglichkeit, wirst du auch sicherlich schon kennen, ist, dass wir andere Indikaturen nutzen, wie zum Beispiel der MACD. Das ist ein typischer Trendfolgeindikator. Auch er basiert auf den EMAs. Von daher macht das Sinn, dass das auch was mit Trendfolge zu tun hat. Und jetzt der vierte Punkt und darüber soll es gleich noch intensiver gehen, ist Preis-Action. Wenn wir verstehen, was uns Kerzen aussagen, können wir ganz easy erkennen, wovon könnte potenziell die nächste Kaufkraft wieder kommen. Und das müssen wir uns jetzt mal im Detail anschauen. Aber vorher noch ganz kurz. Ich habe ein neues Produkt veröffentlicht, wo profitable Trading-Strategien drin sind, die du automatisiert handeln kannst. Sowohl im Bitcoin, DAX, Nasdaq, Aktien, auch im Forex zum Beispiel. Aktuell noch 50% rabattiert. Klick gerne mal an den ersten Link in der Videobeschreibung, wenn dich das interessiert. Viel Spaß dabei. Schauen wir uns jetzt mal ganz kurz diese Kerze hier an. Wir haben jetzt hier eine bullische Kerze und vor allem hat die einen sehr langen Körper und wenig Docht, wenig Lunde. Das heißt, was sagt die uns für uns aus? Die sagt uns, in dieser Zeitanheit haben wir wenig Verkaufs-Power gehabt, weil wir sind ja kaum nach unten gelaufen. Stattdessen sind wir aber extrem stark hochgelaufen. Das heißt, hier sind extrem starke Käufer drin. Und aber selbst am Ende, wir konnten sogar die hohen Gewinne sogar noch halten. Das heißt, diese Kerze hier ist komplett für Kaufkraft. Was würde der uns denn zum Beispiel mal folgende Kerze aussagen, wenn wir jetzt hier so etwas hätten? Zum Beispiel so hier. Da würden wir merken, okay, na warte mal, wir haben zwar ein bisschen Kursgewinn gemacht, das heißt, die Kerze ist schon noch bullig, aber wir würden merken, anhand von diesem langen Docht, hier ist ganz schön Abweisung. Wir sind quasi jetzt hier zwar nach oben gelaufen, aber definitiv nicht so stark wie in der Kerze, die ich dir hier gerade eben schon gezeigt habe. Die hier, die ist deutlich, deutlich bulliger als der Akram, den wir jetzt hier sehen. Und rein dieses simple Wissen müssen wir bloß in Kombination jetzt einmal betrachten, wie folgt. Ich habe es hier drüben als Schema eingezeichnet. Wir merken mal folgende Situation. Wir haben hier einen starken Aufwärtstrend und plötzlich kommen wir in diese Korrekturphase rein. Sprich, das, was wir jetzt hier gerade eben sehen, könnte zum Beispiel der Punkt hier drüben sein. Wir kommen hier stark hoch, plötzlich kommen wir so ein bisschen in den Korrektormodus rein und wir fragen uns, wo kann die Korrektur zu Ende sein? Das heißt, ab wo kann ich wieder Kaufkraft sehen? Das sollte die Frage sein. Dann merken wir, okay, wir laufen jetzt hier hoch, plötzlich Korrektur. Halb so wild, noch sehr, sehr starke Korrektur. Gucken wir uns mal die nächste Kerze an. Wir laufen auch noch mal einen Ticken tiefer, aber, und jetzt ganz wichtig, der Kerzenkörper hier, der ist ja deutlich kleiner als der Kerzenkörper hier. Das heißt für mich jetzt folgendes. Wir laufen zwar nach unten, aber definitiv nicht mehr so stark runter, wie wir es vorher gemacht haben. Und jetzt kommt die Krönung. Die nächste Kerze, auch hier, wir laufen zunächst einmal runter, aber auch hier, wir merken, der Kerzenkörper ist zunächst einmal kleiner. Das heißt, runtergelaufen, ja, aber viel, viel weniger als vorher. Und aber auch, wir merken, wie wir hier unten schon diese Lunde gebildet haben. Das hieß, der Kurs ist hier runtergelaufen und wurde wieder hochgekauft. Das heißt, hier ist für mich jetzt das erste Indiz für Kaufkraft, weil ich jetzt alles kombinieren kann. Ich merke, Kurs im Korrektormodus, aber je tiefer wir laufen, umso weniger Verkaufskraft gibt es. Und jetzt sehe ich zusätzlich noch zu der wenigen Verkaufskraft, dass wir hier ein erste Indiz für Kaufkraft haben in Form von dieser Lunde. Und wenn ich jetzt eins zu eins zusammenzähle, kann ich jetzt folgenden geilen Trade machen. Brechen wir jetzt einfach bloß hier über die Kerze wieder nach oben hin aus. Kann ich hier quasi long gehen. Stop loss, jetzt nicht knapp unterhalb von dem Kerzentief, logischerweise, weil ja meine Idee ist, dass wir hier Kaufkraft haben. Und na gut, Take Profits kann ich entweder hier ans Verlauf so hochsetzen oder halt in irgendwelchen anderen Bereichen nach ganz oben, zum Beispiel runde Marken wie die 300 Dollar Marke. Und dann kann ich hier einen schönen Trend Einstieg finden durch ein sehr simples Verständnis über Preis Action. Bestenfalls natürlich kann ich das auch noch mit den Fibonacci oder Sonstiges kombinieren. Das heißt, vielleicht hätte ich jetzt hier die Retracement Level sowieso drüber und merke jetzt, Mensch, genau an dem 50 oder 61 Prozent Retracement Level, da finden wir jetzt auch diese super Preis Action. Das passt wie die Faust aufs Auge. Das sind Setups, wonach ich persönlich suche und du jetzt vielleicht auch.